freunde ich weiß nicht was abgehen wird aber ich bin verdammt noch mal drauf gespannt was abgeht also das auge das auge wartet auf uns sage ich nur nein ja hier runter schnell weg nach Hause bitte danke ich weiß gar nicht mehr wie wir am schnellsten hause kommen einfach wahrscheinlich mal runter drücken so gut ist und es geht hoffentlich denke ich aber das ach so warte mal in der normalen welt da ist ob das erschienen ich glaube da sollte schon quasi der endgegner sein ich weiß es nicht keine ahnung aber ich bin drauf schon was das ist bis jetzt ist es nur das auge das auge bis jetzt ist es nur das auge dieser das keiner kennt wenn wir das leiden ist so witzig mal oje oje waren wir so lange auf dieser dungeon unterwegs Hä? Nee, stopp, stopp. Ah, hier unten. Hey, nein. Ah, doch. Bitte einmal runter. Perfekt. Ich bin einfach nur heiß. Ich bin einfach nur wissen, was da abgeht. Das, wer bist du? Warte mal, wir haben, glaube ich, in der Dungeon, wo wir waren, haben wir, glaube ich, oben rechts einen Kämpfer vergessen. Oder? Oder war der oben rechts Mewtwo? Boah, ich weiß es nicht mehr. Egal. RIP Kämpfer. Aber, stopp, stopp. Mann, superass. Gieß doch, ob Dax. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Mann, kann ich jetzt erstmal speichern. Es ist das Auge, Freunde. Oh, oh. Oh, oh. Stopp, stopp, stopp. Ist das der Endkick, ne? Dax! Was? Was? Oh, oh. Oh, oh. Ja, ich bin's gedodged, aber lassen wir's. Lassen wir's bei euch, okay? Wahrscheinlich kein Bock spielen. Das ist eh nicht so, ey. Das tut's bestimmt danach noch. Das tut's danach bestimmt transformieren. Ganz sicher. Das ist bestimmt nicht seine letzte Farm. war so augen können die meister werden versorgt wie das schade gern also ich habe angst sein die kralle Ey, ich schütz mich. Ich hab mich geschützt so. Keine Ahnung, was das soll. Nein! Da ist... Das Auge, komm mal leer! Oh! Oh! Oh, 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 Oh! Was geht? Mach langsam! Ich hab Angst. Einfach Rob... Rob droppen und noch einen, alles klar. Warum tippen wir das aus? Ah, ich hab so Angst. So Angst hast du verkackt. Ich hab einfach mit dem Prinz-Shot dabei. Nein! Nein! Lars, hör auf! Oh, wir sind da draußen. Warte, ich brauch einen besseren Charakter. Nein, nein, ich brauch einen besseren Charakter. Ridley ist so da, also das ist so da, aber ich brauch irgendwas Krankes. Warte, warte. Ich glaub, ich brauch einen FFM-Bowser dafür. Ganz ehrlich, halt demnächst so geschmeidig und jetzt. FFM-Bowser und dann nehmen wir wieder noch einen anderen Geist. Somercruz nehmen wir, glaub ich. Obwohl es riesen schlecht ist. Ja, egal. Egal, egal. Okay. Das ist es, Freunde. Das ist es. Komm nur, ich bin FFM-Bowser. Loll. Und ich weiß, FFM-Bowser. Guck mal, ich schütz mich. Ihr habt es doch auch. Oh. Okay. Ja, seht ihr? Egal. Ja. Ja, ja. Mal langsam. Was wollt ihr jetzt hier? Oh, hey. Ich bin noch bunter. Alter. Alter, der kam doch. Ah. 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 Seht ihr mal. Mit Bowser sind jetzt schon viele Schmeidiger Trades. Oh, oh. Oh. War voll geschlafen, ey. Übel geschlafen. Komm her, Junge. Ich hab dich. Hände schwitzen. Nein. Das war's noch nicht. Das war's noch nicht. Äh, äh, äh. Das war's noch nicht. Da passiert noch was. Aua, ich stolper. Oh, miau. War's das? Das kann's nicht sein, oder? Was? Das war nicht der Antigene, oder? Bitte? Was geht jetzt ab? Ja. Ja, das sieht so aus. Hätte mich auch gewundert, wenn das das Ende wäre. Ich klein bin jetzt. Was geht jetzt ab? Was geht halt jetzt ab? Das ist die Frage. Oh. Warte mal. War's das schon? Kyra. Keiner weiß, ob Kyra jetzt gut ist, schlecht ist. Das ist das. Keiner weiß. Alles klar. Oh. Haha. Oh mein Gott. Wie gruselig. Aber wir sind back. Wir sind back. Was ist los? Oh. Wie? Jetzt kämpfen wir gegen beide? Was? Das ist die Final Map. Ganz sicher. Das ist die Final Map. Linke Seite. Da ist rechts. Küra. Jetzt die Frage. Hey. Jetzt hat legit die Frage. Müssen wir uns entscheiden? Für eine Seite? Oder können wir alle badchen? Ich weiß es halt nicht. Boah. Wie viele Guys hier sind. Shit. Crazy Hand. Meister Hand. Aber mir sieht es so aus, als würde es hier in der Mitte weiter gehen. Um jetzt zu sein. Tetra. Ich weiß nicht Freunde. Wir werden auch gemeinsam schlau. Wie es dir das ganze läuft. Aber ich freue mich drauf. Ich freue mich nicht drauf. Let's go. Tool Link. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Nein. Keiner Penaloo. Ja, ja. Es soll doch nicht sein, dass der Tunnic so lang braucht. Zieleine, mein jünger Bursche. Oh, Tetra, ne. Er würde zogen? Okay, interessant. Aber wir spielen ja eh kaum mit Landon Zelda Charakteren. Geh mal wieder auf Ridley, weil Ridley war für so Geister ganz angenehm, fand ich. Ich bin echt gespannt, was er abkommt. Oh, ich hab die Sturmbahnung gehofft. Tarei. Hey, keiner sagt, dass du scheinen darfst. Gewonnen, so gewonnen, so zerronnen, genau des ist des. Oh. Du hast Geister des Lichts befreit, die macht der Finsternis wird stärker. Hä? Muss ich alles im Gleichgewicht halten, oder was? Hä? Geister des Lichts und Geister der Finsternis. Muss ich alles in Einklang halten, oder was ist hier los? B.D. Geister des Lichts. Es interessier ich mal. Es interessiert mich jetzt echt mal. Es sieht einfach so aus, als würde es in der Mitte noch einen Weg geben. eine dritte Lösung erst arsch Woah Come on run Lady Ey, das ist nicht dein ernst Ich schieb ihn doch ganz einmal Wobei ich das zwar mit nahm vorher. Raus mit dir. Nervt nicht. Ganz ehrlich. So. Es war relativ interessant, was da abging. Ja, jetzt. Ist wieder alles im Einklang. Krass. Interessant. I like legit interessant. Wirklich interessant. Woow. Hahahaha. Der Arme. Ist halt geil, wenn du ein Spiel noch nie gespielt hast. Oder halt nicht, weil es abgeht. Dark Mind. Lohne. Oder soll ich den mittleren Pfad gehen, weil. Ich weiß nicht, ob der in der Mitte zu wen da zählt. Naja, wir machen das halt auch mal. Also. Wenn ich ein Stringsbesieg ans Recht zoll. Ich will wirklich, dass es dann gleichgültig bleibt. Weil mich einfach interessiert, ob es da noch einen dritten Weg gibt. Da klauen wir. Das war's für heute. So geht das, du ne? Oh, Moranon explodiert. Ich weiß echt nicht was passiert, wenn ich jetzt auf eine Seite quasi gehe, wenn ich die finterne Seite bevorzuge oder die Lichtseite. Keine Ahnung. Komm mal, Crazy End, ist schon am Eskalieren. Magnus. Ja, was jetzt, raus von mir. Ridley funktioniert unglaublich gut ohne Spaß bei sowas. Um ihn aus der Stage rauszuschleifen, einfach rauszuhauen, um dort auch zu lassen. Jetzt bin ich schon mal was abgehört, legit. Schande, weh. Mit ein Sturm. Bionett, das ist so crazy. Das ist so crazy. Bereit, los! Ja, man. Das ist so cool. Ja, man. Das ist so cool. Was macht die crazy tante? Hilfe! Okay. Ja, 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 ja. Das ist so cool. Ja, 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 Bionettai. Ja, ja, ja. Ja, 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 Bionettai. Samenburg ist interessant. Die Samen sind doch auf meiner Seite oder? Wir sind doch beide gegen Samen. Oder wie sieht das ganze aus? Einfach auf den Kopf werfen. Krass, dunkel Samus. Die Map interessiert mich mehr als das, was da rumgeht. Ja, du hast Geist, dass der Finsternis befreit. Die Macht des Lichts wird stärker. Die Sache ist die, was will ich? Will ich überhaupt die Macht des Lichtes? Lass uns mal ein paar von der Macht des Lichtes klatschen. Let's go, wir müssen wieder in Einklang. Wir müssen wieder für Einklang sorgen, ey. So sind wir unterwegs. General Pepper. Oh, ich hätte den so krank gefangen. Oh Leute, wo bin ich? Ja? Okay. Oh, ich hätte den so krank gefangen. Hat ja viel gepackt. Du heile Fraktion, du. Raus mit dir. Ha. Ha ha ha. Keiner weiß. 3D Lando. 3D Lando. 3D Lando. 3D Lando. 1D Lando. 5D Lando. 1D Lando. Raus mit dir. Zack. Raus, aber schnell. Zero. Zero. Der hat sich verlaufen, ganz ehrlich. Der hat sich verlaufen heute Abend. Wollen wir Spaß haben. Isaac. Ole. Ole. Golden Sun hat immer vor allem mal Golden Sun gespielt. Allein wegen dem Titel. Allein der Titel interessiert mich. Was ist das für eine geile Map eigentlich? Wo ist die Map? Hä? Was ist das für eine Map? Kannst du was mal anders? Hör mal auf, rumzuspringen! Was ist das für eine? Ich bin nur aus mit dir. Oh. Aus mit dir, juna Bursche! die sagt oder evolution danach sollte wieder gleich durch der schön okay wollen wir siegen noch machen für diesen parten schluss ich weiß nicht wie es weiter das ist die frage ob ich crazy und so wie sie sollen oder was da machen sollen warum leuchtet ich jetzt noch wieder anschaue das legen dann keine ahnung es sind mehr für das war es um ein bisschen unten gepackt da vorne so viel zu rei und warte was abgeht erst mal ob sie dann gleichgewicht gleichgewicht ist dann ja ja also links haben sie mit denen und dann den aber wo geht es dann halt hin ich würde gerne hier auf diesem fahrt ist das meine aber der sieht für mich irgendwie zu aus erwarte mal alles ich kann nur dahin ich kann nicht mal zu ich kann nicht mal dahin es ist mein ziel ist im gleichgewicht zu halten da mich dann da angelangt oder was keine ahnung naja wie gesagt das versuchen wir im nächsten mal wieder freundin fürs zusehen wir sind das nächste mal macht gut